Servus und willkommen zu einem neuen Video Teil 2 unserer Serie. Wir wollen heute das Thema Schusskraft angehen. Es sind drei Punkte die es zu beachten gilt. Erstens die Technik, Biomechanik. Zweitens die Kraft. Drittens die Beweglichkeit. Wir fangen an mit der Technik. Okay, ganz wichtig für die Schusskraft ist natürlich, dass ihr das Knie gescheit abwinken könnt und eure Ausholbewegung ausreichend groß ist. Wenn ihr natürlich hier unten ausholt, hat nicht viel Beschleunigungsweg und kann auch nicht viel Kraft auf den Ball übertragen. Deswegen einmal Beweglichkeit im Oberschenkel, Kniewinkel beugen und auch die Beweglichkeit in der Hüfte wichtig, um ausholen zu können. Für eine optimale Beschleunigung brauchst du den maximalen Beschleunigungsweg und dafür ist entscheidend, dass du beim Ausholen das Knie komplett anwinkelst, dass dieser Winkel komplett klein wird. Sonst verschenkst du Beschleunigungsweg. Klein machen und dann die Hüfte aufrotieren und von dort dann abfeuern. So, nächster Teilaspekt ist, wenn ihr den Ball treffen wollt und optimale Kraft von eurem Körper auf den Ball übertragen möchtet, ist natürlich enorm wichtig, dass die Kraft jetzt nicht nur auf den Oberschenkel kommt, sondern dass ihr hier stark verankert seid in eurem Standbein und die Kraft von eurem Schwungbein fixieren könnt und auf den Ball übertragen. Da geht es einfach um Impulsübertragung. Deswegen, Standbein muss stabil sein und noch viel wichtiger, dass das alles stabil ist, muss der Bauch fest sein. Und dann kommt es letzten Endes wie zu einer Art Peitschenschlag. Um jetzt diesen Peitschenschlag zu erzeugen, bauen wir in unserem kompletten Körper Bogenspannen auf. Das heißt, es arbeitet nie nur euer Bein, sondern es arbeitet euer kompletter Körper zusammen und zwar über die Diagonale. Das heißt, meistens, wenn wir schießen, ist unser linker Arm vorne und wir sind zuerst leicht über dem Ball, haben eine Bogenspannung in die Richtung und mit dem Schuss dann mit dem Ball treffen, übertragen wir den Impuls und bringen die Bogenspannung in die andere Richtung. Das ist jetzt dieser Peitschenschlag, der kommen muss, um dann den Ball optimal treffen zu können und ein richtiges Pfund rauszuhauen. Wichtig, die Bogenspannung von vorne nach hinten und es geht nur mit optimaler Kraft aus dem Bauch und Fixierung im Standbein. Um jetzt tatsächlich eure Kraft noch zu trainieren, ist es natürlich enorm wichtig, den Bauch zu trainieren, also Wumpf stabil zu halten, wie wir vorhin schon in Technik erklärt haben und das Ganze am besten funktionell lassen. Das heißt, wir arbeiten über die Diagonale und wir starten dazu mit Übung Nummer 1, machen den Bauch fest, ziehen das linke Bein ran und der rechte Arm geht außen an den linken Knöchel. Und dazu seht ihr schon wieder, wir bauen wieder diese Peitschenbewegung ein über die Bogenspannung. Der Bauch ist fest, der Hüftbeuge arbeitet mit, mit der Ausatmung hoch und am besten Auslandspien. Beide Schultern abheben. Auf jeden Fall 10 bis 15 Stück und auch die andere Seite. Mindestens drei Sätze. Okay, Übung 2, wir halten es wieder funktionell. Wir gehen in den Unterarmstütz, dazu langer Hebel, Kniegestreckt, Becken nach vorne aufgerichtet. So, und dann mit der Ausatmung führen wir ein diagonales Knie, also wir fangen ein langes, oder andersrum, rechtes Knie zum linken Ellbogen. Und dann einatmend ganz lang machen, Stabilität halten. Der Bauch muss dazu immer fest sein. Ausatmend diagonal ran führen, einatmend öffnen. Versucht das Becken immer aufgerichtet zu lassen, in der oberen Position geht es natürlich nicht. Trainiert auch wieder enorm den Rumpf und auch müssen wir wieder über die Diagonale unsere Bogenspannung aufbauen können. Am besten wieder 10 bis 15 Wiederholungen oder so viel wie geht. Drei Sätze. Okay, letzte Übung. Nochmal Kräftigung für den Oberschenkel in dem Fall und auch den Hüftbeuger, um die Kraft dann übertragen zu können. Wir starten in einem Ausfallschritt und auch gleichzeitig schon die Arme mitbewegen, um wieder über die Diagonale arbeiten zu können. Das heißt, wenn der linke Fuß vorne ist, ist der rechte Arm mit vorne. Ja, und dann mit der Ausatmung geht es Step 4, Knie mit hochziehen. Genau, einatmend zurück, ausatmend dynamisch hochsteppen, das Knie mitziehen. Ganz, ganz wichtig, lass das Knie mitlaufen. Stabil stehen und immer den Arm mitnehmen. Auch hier wieder 15 Wiederholungen, drei Sätze oder gerne auch mehr bis es brennt. Wer es schwerer braucht, macht es mit einem kleinen Sprung zum Schluss. Mit der Ausatmung, Knie hochziehen, abheben. Genau. Und dann wirklich mit maximaler Kraft springen. Und ihr arbeitet wieder über die Diagonale. Auch muss fest sein. Abaght.